Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Wörterbuch. Und ich sage ganz bewusst beim Mediale Energetik Wörterbuch, weil das meine Begrifflichkeiten sind und was ich darunter verstehe. Welche Information ist denn an ein Wort gekettet? Was ist denn da ein, was ist denn der Sinn hinter dem Wort? Und da wollen wir heute einmal darauf eingehen und mit dem Begriff Erdung beginnen. Erdung ist eigentlich etwas sehr, sehr Einfaches. Erdung ist das, was wir sehen können. Das heißt, das kann ich sehen, das kann ich messen, das kann ich ermessen, das kann ich begreifen. Das ist alles, was hier auf Erden erscheint. Was hast du jetzt geerdet von dir? Wie hast du deinen Kontostand geerdet? Wie hast du deine Wohnung geerdet? Wie hast du deine Beziehung geerdet? Wie hast du deine Freundschaften geerdet? Dein soziales Umfeld, dein Familienleben geerdet. All das erscheint und kann angesehen werden, kann gezeigt werden, kann geschaut werden. Also Erdung ist einmal nichts Abstraktes. Es ist das Einfachste und Konkretest, Messbare. Wieso ist Erdung in der Energetik so wichtig? Energetik beschäftigt sich ja mit dem Unsichtbaren, mit dem Energiefeld. Also was hat Erdung mit der Energetik zu tun? Das ist ganz einfach. Wenn du zu mir kommst und ich arbeite jetzt mit meinen energetischen Techniken, zum Beispiel der Aura-Interpretation, dann ist das alles mal gut und schön. Sagen wir mal, ich interpretiere die Aura und sage dir die Ursache für irgendein Thema, das dich bewegt. Jetzt ist natürlich die Lösung des Themas das Interessante. Nicht, dass du weißt, warum dich da jetzt gerade was bewegt, sondern wie kriegst du es weg. Also ich arbeite lösungsorientiert und das ist schon mal wichtig. Und die Lösung findet sich in der Erdung. Das heißt, egal welche Informationen da auf der feinstofflichen Ebene ausgetauscht werden, wichtig ist, dass es erlebbar und lebbar wird. Denn sonst ändert sich im Prinzip nichts. Und das ist eben Erdung. Und das ist auch ein messbarer Unterschied an der Qualität einer energetischen Sitzung. Lässt es sich nachvollziehen? Ist es geerdet worden, das Thema, das ich da behandelt habe? Und deshalb ist Erdung eben auch bei der Energiearbeit ein ganz, ganz wesentlicher Begriff. Und ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sogar sagen, dass die Erdung immer der Anfang von allem ist. Das heißt, bevor du dich mit Energetik jetzt auseinandersetzt, dass du sagst, ich muss jetzt da eine Technik lernen, ich muss dieses oder jenes machen, einen Meditationskurs oder bewusster werden, fang mit der Materie an, weil es am leichtesten ist, diese zu meistern. Auf der einen Seite am leichtesten, auf der anderen am schwersten. Aber da siehst du schon mal, kannst du deine Termine einhalten? Kann man sich auf dich verlassen? Stehst du zu deinem Wort? Fällst du recht viel um? Änderst du schnell deine Meinung? Bist du eher wankelmütig? Bist du unentschlossen? Dann heißt das einfach, da bist du nicht sehr konkret, willst dich nicht so festlegen. Und dann gehört an der Erdung gearbeitet. Dann würde ich ehrlich gesagt einmal daran arbeiten, ich nehme Termine wahr. Ich nehme mich selber ernst. Ich möchte eben so mit anderen umgehen, wie ich selber wahrgenommen werden möchte. Oder ich möchte mich auch selber auf Leute verlassen, die ihre Termine halten. Also möchte ich das auch. Also da kann ich ganz konkret ansetzen. Wenn ich an der Erdung arbeiten will, mein Kontostand ist nicht zufriedenstellend für mich oder macht mich unglücklich. Ich habe vielleicht Ängste, was mein Geld angeht. Dann kann ich da mal anfangen, daran zu arbeiten. Aber das hat mit der Energetik jetzt nicht so viel zu tun. Sondern da brauchst du vielleicht eine Schuldnerberatung. Vielleicht einen Bankberater. Oder noch einfacher, vielleicht kennst du jemanden, wo du sagst, der kann gut mit Geld umgehen. Ich frage den einfach mal, wie macht der das? Oder du schaust dir auf YouTube ein Video an und sagst, wie macht denn der das? Das nächste ist dann, wie schaut es in meinem Umfeld aus, in meiner Wohnung aus zum Beispiel? Ist die sauber? Ist die geputzt? Ja oder nein? Fühle ich mich wohl da, wo ich bin? Und auch da kann man wieder ansetzen. Du kannst aufräumen, du kannst ausmisten. Du kannst kleine Schritte setzen, um die Materie mehr und mehr so zu richten, dass du dich wohlfühlst. Und zuerst wohlfühlen in den Bereichen, die dich jetzt betreffen. Also nicht anfangen zu sagen, ich bin erst glücklich, wenn ich einen Partner habe oder ich bin erst glücklich, wenn ich eine Million am Konto habe. Sondern schau, dass du auch jetzt schon diese Zufriedenheit findest. Denn Zufriedenheit ist auch ein Punkt, der dich erdet. Und Erdung ist etwas, das zieht also nach unten und macht mich klarer. Und diese Klarheit wirst du dann brauchen, wenn du dich mit feinstofflichen Begriffen einfach auseinandersetzt. Denn wenn du über Chakren und Aura und Erzengel oder egal was es auch ist, wenn du dich mit sowas auseinandersetzt und du hast keinen klaren Anker, keine klare Erdung, dann verrückst du, dann wirst du verrückt. Und dann bist du so eine Esoleiche und da kann man nichts mit dir anfangen. Und du bist völlig verklärt. Das ist wie, wenn man immer high herumläuft. Ist ja nett, aber es ist nicht mehr begreifbar für dein Umfeld. Und deshalb würde ich dir wirklich empfehlen und wirklich raten, bitte schau zuerst, dass du an deiner Erdung arbeitest. Das heißt, was ist Erdung noch einmal? Das konkret Messbare. Dein Kontostand, deine Wohnung, deine Beziehungen. Hast du viele Freunde? Schätzen dich diese Freunde? Bist du zuverlässig? Das kannst du alles schon ganz konkret für dich anschauen. Und dann kannst du anfangen, an diesen Baustellen zu arbeiten. Und bevor du das nicht gemacht hast, würde ich erst gar nicht versuchen, eine Aura zu sehen oder irgendetwas Großspirituelles zu machen. Weil das ist die erste Hürde. Das ist auch was, was dann im Chakrensystem, das erkläre ich dir dann das nächste Mal, was im Chakrensystem ganz unten angesiedelt ist. Die Erdung ist das Erste. Und das ist nicht, weil es so wenig wert ist oder so unwichtig ist. Manche Energetiker rümpfen ja richtig vor der Materie die Nase und sagen, das ist ja nicht das Echte, die Energie ist ja viel höher. Nein, das stimmt nicht. Das ist die Basis. Das ist dein Fundament. Und wenn dieses Fundament nicht passt, dann hast du ehrlich gesagt in der feinstofflichen Welt nichts verloren, denn du wirst dich dort verirren. Du wirst in die Irre gehen. Und das ist eben mein Tipp. Schau zuerst, dass du eine gewisse Zufriedenheit ganz konkret in deiner Materie schaffst, bevor du beginnst, dich esoterisch zu bilden. In der Praxis noch einmal, schau, dass du einen Job hast, wo du regelmäßig hingehst, wo du gewisse Zeiten hast, dass du einfach sagst, okay, von, keine Ahnung, 10 bis 18 Uhr bin ich da und habe diese Verpflichtungen zu erfüllen. Dann kommst du gar nicht auf die Idee, da irgendwo abzuschweifen und kannst ewig dahin meditieren. Also setze Rahmen, setze Grenzen, auch wenn du meditieren möchtest, aber schau, dass du eine gewisse Struktur in deinem Alltag hast. Das ist Erdung. Jetzt habe ich einiges über die Erdung erzählt und du kannst jetzt einmal bei dir selber schauen, wo sind denn deine Themen, wo hapert es denn vielleicht bei dir bei der Erdung? Ein anderes Symbol für die Erdung wäre noch oder eine andere Übung, die ich sehr, sehr schätze, die ich ganz gerne den Klienten auch mitgebe, ist einfach, checke, ob dein Hintern, also dein Popsch, und dein Kopf im selben Raum sind. Sind dein Kopf und dein Hintern im selben Raum? Ich weiß, das klingt jetzt etwas befremdlich, aber damit checkst du einfach, wie gegenwärtig bist du, wie präsent bist du und damit auch, wie geerdet bist du. Vielleicht kennst du es aus deiner Beziehung, wenn dein Partner dir auf einmal sagt, du bist, wo bist du denn schon wieder? Und der Mann sagt dann, ja, ich bin ja eh da. Was die Partnerin eigentlich sagen will, ist, ich spüre dich nicht. Du bist mit deiner Aufmerksamkeit woanders. Und da ist es gut, sich zu erden. Das heißt, Kopf und Hintern in den selben Raum bringen. Und wie machst du das? Am besten fragst du dich, wo ist jetzt mein Hintern? Ich weiß, das klingt blöd, aber frag dich mal, wo ist jetzt in diesem Moment mein Hintern? Mach mal mit. Wo ist jetzt mein Hintern? Und schau mal, dass du den spüren kannst. Wenn du dir das schwer tust, kannst du ruhig einmal ein bisschen zusammenzwicken, den Hintern noch ein bisschen mehr zusammenpressen. Wo ist dein Hintern? Und dann spüre den mal ganz bewusst. Und dann spüre als nächstes, hat dein Hintern jetzt ein Problem. Und du wirst draufkommen, der Hintern wird kein Problem haben, weil es einfach gut ist. Weil die Erde, die Erdung ist gut. Das passt. Das ist eine Sicherheit. Da brauchst du dich nicht darum kümmern. Das funktioniert einfach super. Und deshalb würde ich dir empfehlen, dass du diese Übung machst und du wirst merken, dein Kopf wird klarer werden. Denn was sonst im Alltag passiert, wir denken oft, meine Güte, habe ich jetzt noch den Liter Milch daheim, den ich brauche? Oder was muss ich denn für morgen alles vorbereiten? Das heißt, ich bin nicht da, wo mein Hintern ist. Ich bin nicht geerdet. Ich bin nicht klar. Und dann werde ich immer exzentrischer und immer nervöser. Aber Erdung heißt auch, zufrieden sein, in Frieden sein. Erdung heißt auch, zu spüren, dass du genau an dem Platz bist, der jetzt gut ist für dich. Dass du genau zufrieden bist, dass du Danke sagen kannst. All das erlebst du, wenn du in der Erdung bist. Und fang einfach mal an, probiere diese Übung. Schau dir dein Leben an, ganz neutral. Schau dir die Bereiche an, die ich vorher genannt habe. Und dann schau mal, wie es dir da geht. Und das ist Erdung im Wörterbuch der medialen Energetik. Wenn dir das Video gefallen hat und geholfen hat, dann bitte abonnier meinen Kanal, like das Video, teile das Video überall, wo auch immer, Facebook, sonst wo, like es. Und teile es und gebe es weiter. Und wenn du ein Thema hast, wo du sagst, was ist denn dieser Begriff in der Welt der medialen Energetik, dann schreib es einfach unten in die Kommentare rein. Oder schreib mir ein Mail, wenn du es nicht öffentlich kommentieren willst. Und ich werde sicher ein Video dazu machen. Und wir hören uns dann nächste Woche. Und nicht vergessen, Erini bringt Energie. Tschüss. Tschüss.